um es ist so still wer hat das intro vergessen und herzlich willkommen mit dem challenger xd du hast Keller gesagt das Keller gesagt du hast die spitze Intro angefangen warte ich mich nicht krieg ich mich nicht zu beschreiben da ist ein Remix die Schneewaldschlacht aber arzt ich glaube ich werde die uns gleich so vorhin ich bin um sechs die Tränke Du kriegst keinen. Kannst auch so schnell genug laufen. Jetzt hast du schon einen. Ach, verdammt, ich weiß, was ich eigentlich machen wollte. Warte, ich besorge mir mal Gunpowder, damit wir für den Rückweg dann auch notfalls was sagen. Darf ich mir mal was aus, was ich machen wollte? Klar, Will Gunpowder. Ja, weil er jetzt noch länger hier drin rumkampeln. Ja, ist gleich fertig. Das ist ein Coke-Ofen. Kannst ja mal rechtsklick drauf machen. Ah, so wird Coke gemacht. Ja. Der Öl? Aha. Der Öl ist so neben Korrekt. Das Produkt. Hm, du musst mal ganz dringend. Muss man dafür eigentlich die ganzen Blöcke dahinter haben, weil er dahinter ganz viele... Ah, damit er läuft, ne? Weil ein Block bringt uns da nichts. Kann man ja noch mehr, der ist so schlauer? Äh, nee. Der Öl ist so, dass er sich mit dem Anleger gemacht hat. So, ich hab gleich die Tränke fertig. Ihr könnt schon mal auf Endermaniagd gehen. Ich komm hinterher. Alles klar. Ich mach eben meine Spitzsacke verzobern. Ähm, 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 ach so was. Ah, oh, Bullshit. Effizienz 4. Haben wir schon einen Lloyd-Forents? Ich brauch mal so einen Schraubflüssel. Ich will mal hier, äh, Holz aus den Kisten fischen. Hinter dir. Was wird denn das denn scheitig ist, Nico? Oh. Ich schieße gerade mal nicht deswegen. Nico, auf Endermaniagd schießen ist nicht gerade schlau. Ich will auf Petri schießen. Geh weg. Oh, lol. Was ist denn das? Das ist nicht Petri. Das ist kein, äh, kein Zeuge Jehovas. Das ist Petri. Lau. Es backt schon wieder rum mit Verzaubern der Level, äh, der, ja, genau. Mit Verzaubern der Level. Was ist denn Disjunction? Ach, weißt du was? Ich stelle das jetzt auch auf Deutsch. Äh, was denn? Wie kriege ich denn mehr Holz raus aus den Kisten? Ab ins Wasser damit. Wenn du den Kuss drückst. Äh, da steht immer noch nur Disjunction. Was ist denn Disjunction? Remixi, was ist das? Er fragt dich gerade nach einem englischen Wort. What the fuck? Oha. Liebe Marilip. Was ist das? Kröck, ich weiß das nicht. Disjunction, hast du es unbenannt? Nein, habe ich nicht. Disjunction, ich werde verrückt. Ist das neuer Zauber oder was? Ich kenne das gar nicht. Warte, lass mich mal kurz zählen auf dem Schwert oder so. Ja, kostet mich zwei Level. Die habe ich doch eigentlich. Ja, dann gibt's mir, dann mach ich's hier auf meine Streitachs. Ja, alles okay. Roda. Entspann dich. Wolle den, äh, bisschen aus dem Kuchen. Was war das? Wer hat's auf? Wer ist da für Werkzeugschwert? Das geht nicht, guck. Das ist Bucky. Warte Lippe, gibst du mir den Schraubschlüssel? Äh. Ja, dann pack ich das erstmal hier. Ich geb mal kurz den Check-in in Suche, Alter. Gar nicht. Ähm. Das ist mir aber jetzt... Ich mach's ja erstmal zu den Waffen. Und jetzt lass uns mal ein bisschen Farben gehen. Ja, komm. Alle, die mit Farben, die treffen sich jetzt draußen. Ja, ich bin schon draußen. Jetzt. Du hast mein Messer. Nein, das war mein Messer. Willst du es wiederhaben? Du hast mein... Ja. Bitteschön. Dankeschön. Ah, ah. Bitteschön. Das ist ein Gehle geschnitten. Kolaketeer angeht. Mehr wollen nicht. Gut, dann trinke ich jetzt ein Prost. Oh, den wollte ich doch gar nicht. Ein Schuss in Wurft, was in Wurf dran geschmissen, da war schon richtig. Ja, ach so. Ich hab da vier. Ein Mensch. Besser als ein Trink fangt mit der Lasche geschluckt. Wir sind das eigentlich bei den Kisten im Lager. Geht das auch andersrum? Kann ich da einfach items 2 tun? Ja. Ähm, was wollen wir jetzt ja, Creeper dabei? Wie. Alter. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Leute, macht mir doch da hinten nicht die ganze Fläche unebenen. Da hab ich erst gerade gemacht. Ja, ist okay. Oh, Enderman. Ich komm mal raus. Enderman. Der müsste eigentlich ja ganz gut. die Hälfte ja ich sehe eine ganze Menge die Meinungsstanz vielleicht bin ich das weil ich schon so weit vorne bin ein Saugstaub da wenigstens macht die eine Sauber Baja hoffn ein ja ein Endermann der nicht ändern kann doch er kann was wegnehmen er kann auch rumfluchen ganz laut ist ja gar nichts ich hab gerade ein geschenk und ein Herz gekriegt ob ich habe jetzt voll ja wo ist er denn da sind glaube ich zwei Creeper hinter dir her oh ja wie er immer auslässt das ist fett gesehen ich hab's gesehen wieso wird das denn jetzt schon wieder Tag weil ich gesagt hab weil wir lang genug in der Nacht im Haus gegangen sind super rückzug rückzug hat irgendwer etwas für mich ne aber ich hab gleich ein paar Knochen guck mal die 10 Dosen oh oh wer legt sich damit 5.000 schlitten toll oh ja das nicht so weiter geht's hier ja Dankeschön so alles Pille Balle auf 2 2 2 ja ja fast schon naja du hast so ein Pfeil wirklich schräg am auf ja fast schon ich war schon kompletter in gehen nach auch hier kommt noch mal hier und immerhin wie mit sie mit weil dann kannst du die Filme und ich kann dazu waren mit eigentlich war der auch noch hinter mir gerade noch aber jetzt bin ich weg das weil ich glaube immer ich glaube immer zwei Diamanten naja mach mal aber auch alles kriegen in der Nähe vorwärten hier Zauber cool wenn es das nicht gelohnt hat eigentlich waren mach's besser ja gar gar kein Zaun runterfallen so ich glaube dass ich hier als Entschädigung die Ebene wieder ich glaube wir haben genug Sand dafür ja du brauchst dich in den Kippen du brauchst dich abzu... na na lass es ja aber das macht's doch eh mal oh oh es tut mir leid Aua ich bin kein Sandblock ja das ist mir dann auch klar geworden ach ich hab nen Enderman gehört ich kann auch weglaufen ja Zauber kommen wir bitte zu den billigen Arbeiten hier ja 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 so ein Staub soll den Strich in den Sack füllen sondern ein Moment ein Moment ich kochse jetzt vor die Füße oh ich sehe schon das Problem ich habe aber kein Gravator na gut dann komm hier rein dann 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 wirst du mit Ernten ach toll hier nein du brauchst mich nicht dauernd sonst wäre ich schon wieder in dem Park ist nichts Neues äh ich brauche Redstone nein Redstone haben wir noch nicht gefunden wo gibt's denn das das ist nicht das ist nicht immer nur einmal auf der Karte immer nur einmal auf der Karte den Ball auf den Wolken glaube ich oder? woher alles liegt müssen wir erst shootcraften wo man auf den Wolken laufen kann den Jetschen ich kenne einen Ort dort ist es wunderschön wow wow alles klar Alter ja glaub das hat sie nicht gut getan was denn glaub ich auch nicht oh ey was für Drohungen uuuuuh so viel Dio geschnitten nein nein wohin das Kog in seinem Zimmer da Keller dabei um oh ok ok also irgendwer hat ja von euch gesagt dass das Lager auch andersrum funktioniert aber irgendwer wie äh wenn ich da Item reintue die ich nicht mehr brauche das geht nicht anders nein in die Kisten hier hier das das Wichtigste ne dass man Sachen reinschmeißt die geordnet werden funktioniert nicht richtig ich bin dabei also wenn du jetzt sagen würdest was in die Kiste was reinkommt entscheid's doch einfach jetzt einsortieren und dann geht's entscheid's doch einfach sag doch dir ein System sag da kommt Essen rein da kommt äh Stein rein da kommt Holz rein fertig da ist jetzt Prozent der Raum geflutet wird äh ich äh muss ich was mit nö muss nur kurz und sind und sollen stopp ja hier hier jawoll ja 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 alle brauchen die Nachbar Lohr 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 schnaupt 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 nicht er hat der schon war das war da ist schon wieder und so ist wohl da wohl da wohl wenn die Kamera war weil ich stelle es auf was stattdessen bleibt weil man nicht kennt ein Stoff nicht haben aber auch der da achten wir auch immer noch was zu essen was schön immer noch und ich glaube ich weiß wo es Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wer kommt mit? Komm mit, ich weiß, wo er ist. Bin schon drin. Ich sehe ihn. Das sind sogar ein paar mehr? Da, doch, wir müssen hier hinwohlen. Aber mir hört ja keiner zu. Wir unter cross. Der ist ein Loch im Fußboden. Da. Da. Der ist ein Loch im Fußboden. Jetzt komme ich einher. Ich werde verrückt. Der ist ein Loch im Fußboden. Endermäährt im Haus. Endermähält im Haus. Ja. und jetzt weiß ich nicht da ist auch keine Ahnung der andere ein paar Daten ab da ist er schon wieder bei der Welt ein Geschenk er hat er hat so den Diamant-Block gegeben was ist das nicht unter die die Schocker und wird mir der hochhelfen wenn dabei die Milchen runtergesprungen bis irgendwo noch hohe Helfen hat ihm in der Haube sagen was muss ich würde ja hier jetzt so voll konkret Block besitzen aber der Felder ganz schön tief runter ja ich bin noch nicht fertig mit der Treppe Aua Lovian Mimimi Holl 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 also Rekka Rentsch der Treppe hin und dann bei euch hin und ein Hupen 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 No Jarni Julio Euro Jarni den Kiesi werden nicht ja ich hab doch kein mehr 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 Tobi Jarni und mehr die Armee ist so und nennen er ist er das nennen für die Anlieferung Prozent der Anlieferung und mehr mehr so und mehr und Prozent so gut ist es nicht mehr 8 das Niko Snowball Nico der die das Niko der die das Niko wieso weshalb rum Niko wer nicht frag bleibt Niko was denn Niko zu bleiben der Niko der bei Bruch DG Nr der hat man nicht so lauschen als immer schön auch nicht da muss immer schön durch die Hose atmen wer sagt dass es noch geht wird sich eingekackt ja dann immer schön da hat man sich nicht das ist ein paar jetzt habt ihr irgendwo noch im Haus lol reddruck woher was hat denn das brauch ich das ja das brauch ich das Loch das das Haus das brauch ich das Dach das Dachlose Hausdach der Prahringer der Wachbohle von der Lüge sobald was machst du? ich habe gerade steckt den Krieg selber weg ah Höhle und so hier ja, nur dass die Creeper und Zombies und so nicht da reinkommen keinem was in der Höhle oder war meine Waffe ja Jungs, jetzt dürft ihr mal, ich renne ein bisschen mit euch rum und ihr dürft Moment ja, ich hätte da eigentlich noch eine Bewandtnis, nämlich dass ich die äh, das Beta oben repariere hat jetzt irgendjemand eine Hau für mich oder crafte dir doch eine oder so, ne Holz von mir aus auch ne Eisen, aber keine Diamant oder Gold ganz auch gerne eine, äh Rubin hole oder so machen äh, wir haben wir nicht hast du noch Fackeln? doch nein Fakkeln Entschuldigung Fakkeln Fakkeln? Fakkeln? Ja, hol mal ein paar Fakkeln mit wenn du noch welche findest du sie brauchst du denn? ja, sonst wird mein Video immer so dunkel und das will ich halt nicht eh damit die Zuschauer sehen, was du machst und nicht immer denken, dass Fak-Fak-Fak-Mars das wäre das wäre siehst du, siehst du siehst du wie willst du dein Bohr ausbringen ja, der nicht so was die Tollette oder so ähm was ist das mit Tollette? na, f... na, f... vielleicht ist das jetzt das Witz ist, was man damit anfangen kann vielleicht muss man einfach sein, oder? ja, er ist f... ... wo ist das in wirst du wirst du wirst 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 die wirst die wirst wirst ja die 5 schieb voll die Panik wie geht es mal in die Höhle und nicht die Welt die Fürst vergiss die Blockbank das ist halt die Vorboden Arschlangen Rucksack Backpack Rucksack ja das Rucksack Backpack deswegen Wollte ich mir noch etwas Holz holen, aber... Habt ihr 64 Fäden? Äh, Remixie, fang auf. Boah, wie will das ist das denn? Jetzt habe ich mir eine Pudel-Mütze gemacht und kann sie nicht tragen. Das ist eine Schere. Rucksack, Backpack. Backpack, Rucksack. Äh, Pietri, wenn du noch ein bisschen Holz haben willst, dann nimm doch einfach den Schaumschlüssel und geh an unser Lager. Ja, ich weiß auch, wo ihr Holz habt, aber ich will ja hier Zeug nicht verschwenden, sondern auch, äh, produktiv sein. So, ach so, okay, ja, ich hab, ne. Eine große Menge. So, dann lass ich mal, da hab ich mal gestehen. Ja, danke. So, liebe Zuschauer, bei mir jetzt in den nächsten ungeschätzten, ungefähr geschätzten 5000 Part einfach mal, äh, Mega-Mining zu sehen sein. Mit Remixie und Pietri, also, wir rocken die Höhle durch. Wenn die total ausraten, dann ist das normal. Das ist normal bei denen. Weißt du, in der Webbench suchst, da standest du drauf. Ja, ich weiß. Gib mir meine Schaumschlüssel zu. Das ist nämlich mein Schaumschlüssel. Jeder kriegt in dem Spiel nur einen Schaumschlüssel. Wo ist mein Schaumschlüssel? Da drüben. Bei den Inneren des Bruders. Oh mein Gott, mein Bruder. Oha. Verstehen Sie. Remix, äh, nischt rangehen. Ich glaube, ich mach uns mal ein bisschen Luxus. Ich auch. Ich brauch jetzt. Ich spreche. So, Snowball, den ganz lustig warst, können wir jetzt langsam los. Brauchen und fehl. Farb, verabschied. Blau. Fäb. Hab ich ein blaues Pack, ey, Groksack. Ja, ich hab mich schon. Hast du schon mit, oder? Oder, hey, blau? Dunkelblau. Hm, okay. Ich würde mir einen Schaumschlüssel machen, aber dann mach ich euch wieder, hey, blau. Also, Jungs, wenn ihr dann in die Hülle geht, dann können wir auch, äh, mal, äh, gravi holen. Warum kommt ihr nicht blau an? Ja, hier ist doch, komm, warum wir ab. Ja, ja, äh, gehen wir mal eine andere Hülle suchen, oder war das los, oder gehen wir erst pennen? Nee, wir gehen jetzt da runter, weil da ist noch nicht alles erforscht. Okay, dann los geht's. Und ich hab nur noch drei, äh, Schnitzel, kann mir noch jemand was geben? Vielleicht. Ja, hier. Ich hab auch nur noch drei. Hätt ich jetzt mal Glück drei, ey, das ist echt mies. Ich hab mir noch. Alles klar, da ist schon, da ist schon. Alles klar, da ist schon, 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 da ist schon. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.